aston martin dbx ihr seid jetzt live mit dabei das ist auch für mich die premiere ich bin dieses auto noch nie gefahren obwohl wir hier schon seit drei tagen am lausitz ring fotografieren filmen und weiß der geiler was machen in dieses schöne fullsize suv hat es mich bislang noch nicht rein verschlagen aber kann man ja nachholen der dbx ist der nachfolger des rapid also ein suv für eine vier türige luxus limousine den rapid fand ich ja immer bildhübsch bei dem hier scheiden sich ein die geister von vorne finde ich ihn durchaus gelungen das heck mit diesem endenbürzel aber naja dem einen so dem anderen so im innenraum hier schon mal alleine also was sie da gemacht haben das hat schon stil mit diesem schwarz weißen leder und was ich auch schön finde haben hier noch echte knöpfe und wenn wir hier nach unten gucken das ist das alte infotainment von mercedes benz das command und auch das weckt immer so schöne positiv nostalgische gefühle weil alle anderen tatschen ja immer hier bloß rum und wenn man hier noch was haptisches zum dreh regeln hat das ist ja auch was schönes motorisch da sind wir auch im hause amg unterwegs vier liter v8 mit 550 ps das heißt da geht auch einiges voran aber blöderweise ihr seht schon es ist nicht mehr ganz so hell da draußen wir haben 16 uhr 6 auf dem wecker stehen und eigentlich müssen wir um 16 uhr von der strecke runter sein also hatten wir gerade noch zeit für jetzt hier ein paar warme worte zum zum dbx und müssen jetzt auch schon wieder in die box von daher beim nächsten auto gibt es ein bisschen mehr infos ja viel zeit für einen detaillierten fahreindruck hatten wir jetzt mit dem dbx leider nicht mehr und auch im heft hatten wir bislang nur als fahrbericht aber es gibt ja auch noch ein 20 21 und da schauen wir mal dass wir dieses power suv mit diversen gegnern und ja äquivalenten anderer marken einmal an einem vergleichstest für euch unterziehen und dann schauen wir mal wie es sich wirklich mit den harten fakten gegen cayenne und so weiter schlägt bis dahin tschüss ersten